so liebe dampfmaschinenfreunde wir haben noch ein highlight für euch im angebot und zwar ist das von der firma vilesco dass die feuerwehr die 305 die alte erste ausführung die spezialisten sehen das natürlich an dem regelfentil aus metall heutzutage die billigen dinger oder heißt die anderen neuen modelle haben diese plastikventile die ständig abbrechen und die ich auch grundsätzlich umbaue da kommen von mir dann regelfentile aus dem aquarium bereich rein aber das ist wie gesagt einer der ersten modelle und das highlight ich habe das modell reinbekommen es zwar zwar angelaufen wir haben sitzen nur poliert weil es viel arbeit komplett zerlegt alles poliert da waren wir viele stunden dran aber das war noch nicht einmal anders modell es hat einer gekauft das hat schöne vitrine gestanden dann vermute ich mal dann wird es irgendwo eingestaubt irgendwo gestanden haben aber gut gestanden haben ja haben wir es jetzt bekommen aber wir haben jetzt wirklich ich weiß nicht zehn stunden bestimmt zerlegt poliert gewinert es muss ja auch alles wieder hübsch aussehen ja und wie gesagt highlight alte modell das ist das ist was besonderes dass man so ein altes modell noch rein bekommt und vor allen dingen unbenutzt noch nicht einmal angehabt man kann das auf den bildern sehen ich habe jetzt auch nur unten drunter auch ein bild gemacht müsst ihr nachher mal gucken die kommt ja gleich bei ebay klein zeigen zum verkauf dass ihr sehen könnt dass der kessel noch nicht einmal an war da kann man nicht sekt polieren das seht ihr das original ist gut gut ja wie gesagt dabei sicherheitsziel ist ja auch alles neu noch nicht einmal gebraucht trichter hier ist noch öl drin der schlüssel für die pfeife ein bisschen espit ist drin die original bedienungsanleitung nur leider hat der gute man den karton weggeschmissen damals ist schade drum kann man nichts machen aber gut kein problem so jetzt wollen wir natürlich auch mal testen wir mit viele bilder gemacht aber bilder sagen nicht alles deswegen probieren wir mal ist ja und ich habe von mir jetzt noch ein highlight drauf gemacht einen feuerwehrmann da kommt man leider nicht mehr dran den gibt es gratis nicht aber der wird damit der wird da drauf gesetzt das wird damit berechnet das kein problem so jetzt das schöne modell auch mal laufen lassen das haben wir genug gesammelt pfeife pfeift sehr schön finde ich so wir haben jetzt mal so kleinen kompressor angeschlossen wir haben auch alles abgedrückt mit zwei bars alles super dicht weil wir haben ja alles abgehabt wir mussten alles schön polieren weil ihr wollt ja auch hier eine nagelneue die 305 haben die soll ja auch wie neu aussehen so jetzt lassen wir das auch mal laufen wollen wir nicht nur als sammeln wollen wir es auch mal vorführen wirklich schönes modell natürlich in beide richtungen immer wichtig dass man auch wieder richtig zusammenbaut läuft wirklich sehr schön können wir mal ein bisschen mehr druck aufdrehen hat richtig leistung die geht richtig ab na gut nahe neu was soll ich da sagen so ein bisschen mehr abdrehen wieder so läuft wirklich tadellos so machen wir einen antrieb dabei die pumpe schließen wir jetzt nicht an weil das alles noch original zu ist wir wollen jetzt nicht hier so jetzt wollen wir gerade mal das fahrrad ding mit bei schalten dass wir auch mal fahren können wir haben jetzt hinten hoch gebockt wie ich das immer in meinen videos so mache so ein bisschen mehr luft wieder aufdrehen so funktioniert funktioniert natürlich alles tadellos das mir persönlich mal wichtig da wird alles überprüft alles poliert zur not werden auch mal schrauben oder scheiben erneuert das soll ja auch wieder edel aussehen ihr seht funktioniert vorwärts wie rückwärts alles perfekt so wieder abdrehen schalten wieder aus wir können die pumpe mal laufen lassen aber ich schließe jetzt die pumpe nicht an mit wasser man merkt es saugt an aber ich will jetzt hier kein wasser rein machen die sollen neu bleiben weil manche kaufen die das auch als als sammelprojekt oder sammelmodell möchten das nur gerne vitrine stellen deswegen kommt hier auch kein wasser rein wie gesagt guckt euch die bilder an hier war noch kein wasser im kessel wir werden auch gleich viele viele bilder machen es war wirklich glaubt es war wirklich viel arbeit wir waren hier wirklich lange lange dran komplett zerlegt alles poliert leider laufen die messing teil mit der zeit an wenn das modell irgendwo steht naja gut dann poliert man es wieder schön aber sieht richtig schön aus wir haben jetzt nur so einen kleinen adapter daran gemacht damit wir schön mit luft testen können können schieber ja mal raus mal ihr seht doch allein in schieber hier war noch nicht einmal irgendwas dran so wir haben jetzt ganz viele bilder gemacht wie gesagt die kommt gleich jetzt sage ich es nochmal die kommt bei ebay kleinzeit gleich zum verkauf ist wirklich schön geworden guckt euch die bilder an alles dabei wir werden sie auch sehr gut verpackt mit ganz viel schaumstoff da kommt sie in karton großen karton dass da ja nichts passiert beim transport wie gesagt ich sage auch immer dabei nur mit dhl versichert ist klar und beim einpacken gehe ich mir die größte mühe das wissen meine ganzen leute die schon mit mir gekauft haben das ist mir persönlich auch immer sehr wichtig hier wird auch alles abgeschraubt ich kriege leider manchmal modelle die lassen einfach alles dran und dann ist die pfeife krumms gewinde krumm oder das geht nicht kann man alles schön abschrauben oder abnehmen einfach das ist ja einfach nur gesteckt und die die sachen schraubt man schön ab macht extra tütchen dass nichts passiert und vor allem die glocke hier die kann man einfach raus ziehen die legt man schön so ein tütchen rein oder wickelt man einen kleinen stoff läppchen rein na gut gut wir haben auch wirklich nur minimal jetzt geölt wir wollen gar nicht so wüste einölen weil die sieht jetzt so schön sauber aus ist jetzt ein schönes vitrin modell kann man schön weg stellen echt zum sammeln und wie gesagt ihr kriegt das modell nicht mehr weil es halt die original ventil noch von früher ist aus metall kommt hier selten dran ihr kriegt nur noch die neuen zu kaufen die alten kriegt er nicht mehr so alles klar sollte reichen mit der babbelei gleich bei ihrer klaren zeigen kommt das schöne modell mal rein ich habe vor kurzem eine verkauft kommt mal sehr gut an weil ich gebe mir auch immer die größte mühe die werden komplett über überarbeitet oder wenn was ist wird ausgetauscht die werden komplett gereinigt poliert gut sollte reichen das video ist nur dazu da dass ihr seht dass es schön läuft nochmal wieder aus und die pfeife ist wirklich diesmal sehr gut gelungen ich kriege ab und zu modelle rein naja bilesco pfeifen sind nicht immer toll aber die pfeift gut so mach mal luft aus so luft ist weg wie gesagt gleich bei ebay klein zeigen das schöne modell und dann würde ich sagen ist ein schönes Weihnachtsgeschenk und eigentlich zu stark zum spielen weil ne wie ich immer so sage aber nein alles in ordnung deswegen testen wir alles dass ihr auch mit fahren könnt kann ich nur empfehlen holt euch einen keramikbrenner ich habe das selbe modell ich betreibe das modell mit keramikbrenner da gibt es noch anbieter kann ich euch gerne ein paar links geben die könnt euch da informieren da kommt ein kleiner gastank hinten rein also da gibt es ja so viele möglichkeiten was man da basteln kann gut gut soll jetzt reichen mit der babbelei ich sag mal bis zum nächsten schönen modell euer tüftler euer dampfmaschinenprofi wie auch immer groß stefan ja schon augenschmaus ist was zum sammeln kriegt man nicht mehr sowas na gut gut alles klar so genug gefilmt bis zum nächsten mal und daumen hoch wenn es euch gefallen hat und wenn ihr fragen habt nur zu kein problem mit dem 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 dem